Willkommen zurück im spannenden Kingdoms of Amalur. Es geht weiter hier, wo wir hin sollen. Und ich hab keine Ahnung, ob wir richtig laufen. Keine Ahnung. Laufen wir richtig? Ich hoffe es. Da. Hallo! Wenn wir hier rauskommen wollen, sollten wir lieber rennen wie die Teufeltäubchen. Okay. Aus Ruine fliehen. Na denn. Sind ja alle dabei, ne? Leute, seid ihr alle da oder nicht? Leider sterben bei mir irgendwie immer alle, nicht nur die Richtigen. Leider so. Aber jetzt kommen die anderen wenigstens. Okay, die laufen da lang. Dann gehen wir da auch lang. Alle kommen mit. Ich bin dabei. Seid willkommen. Ja, willkommen, aber vielleicht nicht gerade hier. Agines Macht über die Reisenden wurde gebrochen. Der Hierophant ist fort. Die Reisenden werden nie wieder dieselben sein. Ihr seid wie die Reisenden vergangener Tage. Ich ernenne euch zu einer der Ehren. Man wird für alle Zeiten Lieder über euch singen. Über euch, den Charriot. Kein Kaker wird euch festhalten können. Und da ihr bereits so vortreffliche Verwendung für das Tuch der Verdunklung hattet, dachte ich mir, ihr könntet dies hier vielleicht brauchen. Du hast nicht genug Platz, um die Gegenstände an dich zu nehmen, die du erhalten solltest. Die wurden in deinen Beutesack gelegt. Oh. Erfolg freigeschaltet. Reisende. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und ich darf hier irgendwie meinen Krempel mal... Oh, Schattenhaut-Handschuhe. Oh, ich bekomme Set-Teile. Jejej. Die weiß ich nicht. Was ist hier eigentlich besser? Eigentlich ist das besser, ne? Sollten wir das vielleicht mal wieder anziehen? Oh. Oh, sie ist ja ganz nackig. Dafür kriegt man auch eine Errungenschaft. Ich muss mal nackig mit allem reden. Das werden wir mal als nächstes tun. Das muss man ja auch mal gemacht haben, ne? Komm, wir ziehen mal alles aus. Und dann stellen wir uns gleich vor die und sagen, Hey, Leute, wir haben es geschafft. Nee, ich will das auch nicht ausrüsten. Das kannst du mal wegschmeißen. Genau. Dann kannst du das alles mitnehmen. Naja, fast alles. Können wir vielleicht noch ein bisschen... Quest. Ja, tatsächlich. Wir haben es geschafft. Wow. Okay. Ähm. Diese meisterhaft gefertigte Trollhaut, die habe ich das letzte Mal übrigens ausgerüstet. Und, äh, ich meine geschmiedet. Vielleicht. Was haben wir denn hier noch? Können wir da auch noch irgendwas wegwerfen? Was ist denn hier Neues? Genialität. Bannen. Schlösserkunde. Ne, das hatten wir doch vorher schon. Hm. Ich weiß nicht. Komm, nimm mal hier alles. Reicht das so? Ja, reicht. Ha. Ich habe alles. So, jetzt gehen wir da nackt hin. Eigentlich hätte ich auch noch länger da in der Höhle rumkriechen können. Da gibt es bestimmt noch mehr. Ich möchte mit jemandem reden. Nackig. Hallo. Juhu. Ja. Kämpfe nackt. Naja, eigentlich ist die ja nicht ganz nackt. Aber, ha. Das Problem ist, dass die Gnome irgendwie jetzt alle gegen uns sind. Kann das sein? Die waren vorher doch gar nicht alle gegen uns, oder? Oder? Scheiße. Oh, das ist voll doh, wie. Und außerdem möchte ich wissen, ob da in der Höhle noch was war. Aber ich glaube, da war auch nichts mehr groß, oder? Wir sind da halt schnell rausgerannt und... Oh, ja. Wir müssen mit jemandem reden und nicht kämpfen. Merkensvoll. Man kommt raus und... So. Beten. Schreien des Syrophanten bleibt stumm. Tja. Warum wohl? Warum wohl? Ist hier gar keiner mehr? Lebt hier gar keiner mehr? Keiner lebt hier mehr. Krass. Die Gnomenwächte haben alle wahrscheinlich heimgesucht. Oh nein. Ist das jetzt eigentlich gut oder schlecht, was ich da entschieden hatte? Ich bin mir da irgendwie immer noch nicht so ganz sicher. Irgendwie lief das alles so komisch. Ich habe mir das aber im Nachhinein nochmal angeguckt gehabt. So von wegen der Entscheidung einfach. Ob sie oder ihn. Und fand ich jetzt... War jetzt trotzdem nicht so richtig überzeugt von ihr. Also die jetzt am Leben zu lassen und so. Von daher, ja. Ich hoffe, dass ich das Wichtige getan habe. Immer noch. Aber irgendwie ist es ein bisschen traurig, dass hier kein Arsch mehr im Sternenlager wohnt. Das gibt mir irgendwie das Gefühl, dass ich voll was falsch gemacht habe. Halb nackt, wie ich hier bin. Mann. So, dann zieh mal deine Schattenhautkutte an. Damit wir immer unterwegs sehen, wie das so aussieht. Zack. So, das ist das komplette Set, was wir schon längst haben können. Da steht geschrieben, diese Rüstung wurde aus Stücken des Tuchs der Verdunkelung angefertigt und erlaubt es ihren Trägern der Aufmerksamkeit von Beobachtern in der Nähe zu entgehen. Ja. Sieht, äh... schon, äh... sehr Assassin-mäßig irgendwie doch auch aus. Ähm, die Frage ist, wir kümmern uns jetzt mal um den einzigen Nebenquest, den wir hier nochmal gerade so aktiviert haben, weil ich keine Ahnung habe, was wir sonst gerade machen sollen. Und dafür gehen wir hier hin, nach Aot. Dann ziehen wir uns wieder aus. Damit wir mal mit jemandem nackig reden können. Weil das so lustig ist. So, schwimmen wir ein bisschen schneller hier, Mädel. Wir lesen das auch gleich mal durch, was wir hier überhaupt sollen jetzt. Wir sind jetzt total raus. Unser Gruppierungsquest, unser letzter Gruppierungsquest wurde geschafft. Das bedeutet, dass wir jetzt wirklich nur noch den restlichen Nebenquest machen. Runder mir. Hier waren wir auch noch nicht. Und, ähm... Ja, das war's dann auch eigentlich, ne? Gucken, ob da einer ist, mit dem wir mal reden können. In der Höhle ist natürlich eigentlich schlecht. Doch, mit ihm können wir reden. Können wir das nackt machen? Geht das? Ach, warte, ich bin ja hier. Rüstung. So. Zieh dich mal aus, kleine Maus. Ah. Dann lesen wir jetzt nochmal durch, was, warum wir hier eigentlich sind. Die Wichthöhle. Citric Worm hat gesagt, ich soll ihn in den Feinhöhlen Runder mir treffen. Es ist die größte Wichthöhle in Siene und Citric glaubt, dass wir dort auf die Ursache für die Überfälle stoßen werden. Ja, whatever. Gehen wir da mal hin. Gut, ihr seid gekommen. Es ist, wie ich befürchtet hatte. Ein Kodok hat sich in dieser Höhle eingenistet. Wir müssen ihn finden und töten. Zählt das nicht, dass wir mit ihm nackig reden? Ein Kodok? Der Kodok lässt die Wichte von Runder mir die Leichen beschaffen, von denen er sich ernährt. Deshalb überfallen sie im See der Reisende. Wir müssen ihn finden und vernichten. Interessiert ihn das nicht, dass wir nur in Unterwäsche hier in die Höhle zu ihm gekommen sind? Erzähl mal was über dich. Geht das? Ich? Ich habe nicht viel zu erzählen. Ich folgte nach dem Tod unserer Eltern meinem Bruder zur See. Steht da so voll lassiv. Ich war gern auf dem Schiff, denn dort fand ich Trost. Aber die Häfen, für mich herrschte dort so viel Trubel. Ich weiß, dass Aarhaus den Ozean vermisst, aber ich liebe die Einsamkeit des Waldes. Oh Gott, ich habe mein Mikrofon eben fast umgeworfen. Okay. Seid auf der Hut. Na doch. Der Biss eines Wichts kann eine hässliche Narbe hinterlassen. Es hat gezählt. Flitzer. Weil ich in Unterwäsche vor ihm gestanden habe. Okay. Dann haben wir das ja auch erledigt. Du kannst jetzt wieder deine andere komische Dings anziehen. Ich weiß gar nicht, was hier besser ist. Ziehen wir mal das an, was wir uns verdient haben. Jetzt am Ende ist es ja auch egal. So, nicht mehr nackig. Dann wollen wir mal. Tja, der Rekruppierungsquest. Das ist irgendwie komisch. Dass das so hinter uns jetzt schon wieder liegt. Und er kommt mit. Och, er kommt mit. Na, dann kommen wir mit. Wir laufen weiter. Ein Bann-Dingens. Hatten wir schon lange nicht mehr. Und wird es auch bald nicht mehr geben. Oh. Mach schon. Wenn man einmal daneben war, ist es so blöd, da wieder reinzukommen. Ja, natürlich kriege ich nur Blödsinn. Damit es sich bloß nicht gelohnt hat. Aber du kannst ja schön hinter mir herlaufen. Machst du bestimmt gerne jetzt. Wo ich in Unterwäsche vor dir gestanden habe. Dabei will ich doch gar nichts von ihm. Ich wollte nur die Errungenschaft, aber es glaubt mir keiner. Warum nervt man mich? Wicht. So, wir gehen hier rüber. Da ist noch ein Bann-Ding. Sogar leicht. Da wird ja erst recht dann nur Blödsinn drin sein. Einäschernde Schakrams. Die wir nicht wollen. Aber man weiß ja nie, ne? Dann wäre schon geklärt. Ach ja. Komm mal mit hier. Du bist echt lahm da hinten. Weißt du das? So langsam wie du bist. Da... ...hab ich dir ja schon dreimal erledigt hier. So richtig platt kriegen, putter den auch nicht. Kuba, du möchtest die Krudox oder die Errchen. Ist vollbracht. Der Krudox ist tot. Jetzt müssten die Wichte ihre Überfälle einstellen und der Weg nach die Türe ist wieder sicher. Danke für eure Hilfe. Ich hätte das Monster alleine nicht besiegen können. Das war voll langweilig. Gehabt euch wohl. Tschüss. Mann, oh. Mann, oh. Oh, Mann, oh. Oh, das war es jetzt irgendwie so voll, ne? Mache ich denn jetzt mit dem Spiel, wo wir ziemlich fast alles hier auf der Welt geschafft haben? Spiel zu Ende, ne? Nicht mal mehr ein Gruppierungsquest, den man machen könnte. Hier ist nix. Doch. Chakrams des Bebeweisen. Krams und Krams. Wie komme ich jetzt wieder raus? Ich hoffe hier lang. Aber es ist schon cool hier mit den Müllen, ne? Kann man nicht anders sagen. Also daran hat sich nix geändert an der Qualität. Sehr viel Liebe und Mühe hier in diesem Spiel, finde ich, was so die Optik teilweise auch angeht. Klar, es wiederholt sich auch, aber... Ich dachte, ich laufe einfach mal durch und es gehe weiter. Aber okay, wollt ihr unbedingt. Dann wollt ihr das so, bitteschön. Darf ich mir jetzt das Gold nehmen? Dietrich, Dietrich darf ich mir sogar nehmen. So, Gegenstände. Reparatur-Kit, bitteschön. Darf ich es jetzt nehmen? Danke. Nein, das will ich nicht. Und noch ne Banding ins. Weil's so schön ist. Noch mehr Bandruhen. Großes, flammendes Heft zum Dinge schmieden, was wir jetzt eigentlich eh nicht mehr brauchen. Was haben wir denn hier am Ende noch Schönes? Ein Versteck, ein Versteck. Oh Gott, was wollen wir mit all diesen Millionen Scherben, die wir schon wieder eingesammelt haben? Gibt's hier auch noch was? Zum Beispiel so ne Bandkugel oder so? Ne. Dann laufen wir mal hier lang. Mussten wir eigentlich alles komplett hier langsam durchgeforstet haben, oder? Gibt's noch nen Durchgang? Ach Leute. Jetzt aber. Jetzt wollt ihr's wissen, ne? Das wird nix. Ach, das wird was? Ist ja witzig. Okay. Wenn ihr meint. Ich meine, jetzt brauche ich auch keine Dietrich hier mehr groß, oder? Es ist ja vorbei. Wir haben kaum mehr was zu tun. Und ich dachte, ich schaffe meine Level 39 noch. Azurit-Stulpen und noch eine leichte Bandruhe, weil es so schön war eine neue Runde. Ein neues Glück, meine Damen und Herren. Roben des Elixiers. Schöner Name, wird aber bestimmt voll scheiße wieder sein. Aber wie gesagt, ja gut, das sind ja auch Nebenquests, die hätte man viel, viel früher machen sollen. Ne? Wir sind ja auch spät dran. So. Bei 152 Parts, oder was? Gehen wir mal endlich raus hier wieder. Was soll das hier? Ab in den Siede. So, das haben wir auch erledigt. Nix zu tun hier irgendwie. Keine Nebenquests, kein Hauptquests, kein Koprierungsquests. Wir hätten dann noch hier gefährliche Spiele. Das haben wir auch fertig. Kann ich die Flaschen mal irgendwie abgeben, hier bei dem Typen. Der war irgendwo in den Neratellen. Den muss ich erstmal finden. Ähm, das mache ich dann offline. Relikte können wir nicht bringen. Das ist auch ein... Äh, geht auch nicht. Hier, es gab doch immer so Leute, die man noch so hier... Das ist ein Büro. Aaron-Ausgrabung. Ich habe nun die Leitung über Aaron-Ausgrabung inne. Dazu zählen auch eine vielversprechende Gnomenmine sowie ein Büro. Ich sollte diese Einrichtung begutachten und alles in meiner Macht Stehende tun, um sie auszubauen. Ja, dann machen wir das doch mal. Das ist voll wichtig. Damit das Spiel nicht endet. Damit wir das noch machen. Man muss alles gemacht haben in dem Spiel. Hier, Ehen kennen wir doch auch noch von damals. Für manche schon. Edgar-Aaron. Okay. Guten Abend. So, dann wollen wir hier mal hinlaufen, wohin uns auch immer die gelben Kringel führen. Das kriegen wir hin. Da ist noch eine Truhe, die zu ist. Das geht nicht. Das darf nicht sein. Verschlossene Truhen gibt es nicht mehr in diesem Spiel, sobald wir eine sehen. Und Beinschienen des Ausmaßes. Wahnsinn. So, wen haben wir denn hier? Willkommen. Die Motors-Arbeiter haben mir von euch erzählt. Ich bin Vincent Hellwern. Edgar Aarons ehemaliger Assistent und Minenverwalter. Ich werde die Mine weiter für euch verwalten, wenn es genehm ist. Ihr könnt natürlich nach Belieben kommen und gehen. Das Gebäude steht euch zur Verfügung. Und wenn es euch nicht gefällt, kann ich es renovieren lassen, wenn ihr die Mittel dazu habt. Klar, ich möchte mein Büro ausbauen. Ich möchte mein Geld abholen. Büro ausbauen. Wenn ihr genügend Gold habt, kann ich ihn aufräumen und aufbettet. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Bald wird hier alles brandneu aussehen. Na, mach mal hinne. Oh, ist das schön. Da. Hätten wir auch immer nach Hause gehen können. Wieso muss ich das jetzt hier aufschließen? Ist doch meine Truhe, oder nicht? Oder... Ne, das sollen wir eigentlich für den anderen machen, ne? Oder ist das jetzt auch unsers? Mal gucken, was hier so ist. Rüstung der Verbrennung. Oh, ist das schnuckelig. Ja, schön. Schön, schön. Doch, doch. Das ist mit auch, glaube ich, unsers hier jetzt. Hm. Nice, nice. Halt so, wie wir es kennen, ne? Nichts Besonderes jetzt so ein bisschen. Einfach eingerichtet. Aber von uns bezahlt. Ja, können wir schlafen. Und hier können wir uns schön machen. Oh, das finde ich irgendwie auch ein schöner Abschluss gerade so ein bisschen für das Spiel. Dass wir uns so dem Ende so schnell genähert haben. Jetzt hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte, da kommt noch was mit dem Hierophanten und so. Aber die war ja dann irgendwie auch nicht, doch nicht zu besiegen. So, nun mach nochmal. Ich fass es nicht, dass der alte Edgar für all den Ärger hier verantwortlich war. Tote gab es seinetwegen. Traurig. Ja. Ich weiß. Kannst du das noch mehr ausbauen? Mit etwas mehr Gold können wir die anderen an die Arbeit. Ihr werdet begeistert sein. Ja. Das Büro ausbauen. Die Mine aufsuchen. Ähm. So, was hat sich denn jetzt hier geändert? Ich finde hier immer die Truhen irgendwie, ne? So. Jetzt habe ich hier eine Schmiede. Die war doch vorher auch schon da, glaube ich. Was hat sich denn jetzt hier geändert? Wahrscheinlich der Keller oder so. Tja. Tja. Also was da oben war auch vorher schon da. So, wir gehen wieder raus. Mach mal noch schöner. Mach es noch besser. Was macht die Höhlenforschung? Ich habe hier zu Hause alles am Laufen gehalten. Du sollst das alles schön machen. Für etwas mehr Gold kann ich einen... Es wird nicht lange dauern. Wenn wir fertig sind, gehört euch das edelste Gebäude in den ganzen Brachland. Ja, das will ich auch so haben. Ich habe ja auch hier genug gemacht. So, dann habe ich das noch mehr. Schöner gemacht. Aber doch, das ist doch schon auch größer geworden hier zum Beispiel. Diesen Bereich gab es vorher nicht. Sehr edel. Sehr edel. So soll es sein. Gleich mal eine Sterndieste geerntet in meinem Zuhause. Schön mit Kerzenleuchtern. Die weiter brennen, auch wenn ich nicht zu Hause bin. So soll es sein. Wir haben ja genug Geld mit schönen Bildern, wie ich da kämpfe in den Höhlen. Ja, kann man nochmal schön alles durchreflektieren, wie das früher so war. Alte Zeiten. Der letzten 150 Parts. So, und du kannst es nochmal ausbauen, oder nicht? Wir haben die Mine so weit ausgebaut, wie es möglich ist, fürchte ich. Aber seht nur, wie sie sich entwickelt hat. Ein prächtiger Anblick, nicht wahr? Ich gehe gleich nochmal rein. Wirklich ein Meisterwerk der modernen Architektur, wenn ich das sagen darf. Ja, ich möchte mein Geld abholen. Es tut mir leid, wir haben unsere Produktion noch nicht verkauft. Kommt später wieder, dann sollt ihr euer Geld haben. Gut. Viel Glück da draußen. Netter Typ. Das sieht schön aus. Wie sieht das jetzt aus hier mit dem Quest? Mine ausgebaut, 0 von 3. Ich habe nun die Leitung über Ahnung. In den Stad zu 10 auch eine vielversprechende Gnomine, so wie ein Büro. Ich soll diese Anrichtung beguttern. Alles in meiner Macht stehen, tut, um sie auszubauen. Ich muss noch den Rest ausbauen lassen, ne? Was muss ich dafür jetzt machen, dass das nicht so geklappt jetzt hat? Habe ich nicht mehr genug Geld oder woran hapert es? Könnte natürlich sein. Aber wir haben ja auch... Was haben wir denn an Geld? 149.000. Was will der jetzt noch? Und gibt es hier eigentlich auch einen Keller? Wir waren hier irgendwie nicht in einem Keller, ne? Geht es hier auch irgendwo runter? Ne, ne? Doch, es geht hier runter. Die Brachlande geht jetzt raus. Also es geht hoch, aber es geht irgendwie nicht runter, ne? Haben wir vielleicht oben noch was Ausgebautes nicht gesehen? Da ist das. Da ist Schlafen. Mit zwei Zimmern. Das hatten wir aber schon. Das Bett. Hm. Tja, ne. Cool. Hier mit der Zwergenstatue. Nee, 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 nee. Du, äh, da gibt's noch was hier. Da könnte man aber noch mehr rausholen, du mein Lieber. Edel. Sagt er, edel. Na gut. Hat er ja mit seinen eigenen Händen erbaut. Hacken wir mal nicht auf ihn rum. Ach, ich darf wieder zu ihm zurück? Ja, dann mach mal hier die Mine besser. Seid gegrüßt, seid gegrüßt. Die Gnome der Motos-Bergbaugesellschaft haben erwähnt, dass ihr hier eine Mine eröffnen würdet. Ich kann euch dabei helfen, dass sie ein voller Erfolg wird. Für einen geringen Betrag renoviere ich diese Mine für euch. Vergrößere sie. Auf lange Sicht werdet ihr damit Geld verdienen. Was sagt ihr? Ja, wir wollen die Mine ausbauen lassen. Wenn ihr mir das Gold gebt, kann ich... Ich lass den Gang sofort räumen. Wer weiß, was zum Vorschein kommt. Ja, mach mal alles richtig toll. Eins von drei. Kannst gleich wieder gehen. Kannst gleich wieder zurück. Aha. Komm, mach schnell. Dann schaffen wir das noch. Wo ist er denn jetzt? Da. Noch mehr. Ich kann es nicht glauben, dass Edgar den Arbeitern das angetan hat. Er redete immer davon, die Konkurrenz zu bekämpfen, aber... Ich dachte nicht, dass er damit meinte, ihnen das Leben zu nehmen. Es gibt keine Entschuldigung dafür. Trotz der Geschäftspraktiken von Mothos hatte er kein Recht dazu. Danke, dass ihr seine Verfehlung korrigiert habt. Bitte, möchte die Mine ausbauen. Für etwas mehr Gold... Bald wird die Mine bei voller Kapazität arbeiten. Na. Da sagst du aber was. So, das mach ich jetzt noch gleich ein drittes Mal. Dann sehen wir uns noch mal im nächsten Part von Kingdoms of Amalur... Mal gucken, ob das der letzte Kingdoms of Amalur Part wird. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich weiß es doch auch nicht. Bis dann. вос Olive room... Bis dann.